Im Februar 1848 brach die Revolution in Frankreich aus. Sie befeuerte eine Flut an Rebellionen, welche im März in der Deutschen Revolution mit blutigen Barrikadenkämpfen zwischen Bürgern und Staaten mündeten. Im Mai 1848 konstituierte sich in Frankfurt eine Versammlung zur Ausarbeitung einer freiheitlichen Verfassung. Die Revolution schien am Ziel. Doch im Juli 1849 eroberten preußische Soldaten mit Rastatt die letzte Festung des Aufstands. Parlamente wurden aufgelöst und die Grundrechte verloren ihre Wirksamkeit. Wie konnte es dazu kommen? Warum war die Konterrevolution so erfolgreich? Und gab es die Hauptursache für das Scheitern der Revolution? Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß! Weit verbreitete Not und eine steigende Arbeitslosigkeit infolge einer unkontrollierten industriellen Revolution führten in Deutschland zu wachsendem Revolutionspotenzial in der Arbeiterschicht. Verstärkt wurde die Umbruchstimmung durch die Bauern, welche sich durch die Weigerung des Adels, Agrarreformen und die Abschaffung feudaler Privilegien durchzusetzen, hintergangen fühlten. Und auch im Bürgertum brodelte es. Viele Intellektuelle beklagten die politische Reformunfähigkeit der herrschenden Fürsten sowie ein Machtsystem, bestehend aus rigoroser Pressezensur, Bespitzelung an Universitäten und Einschränkung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Zwar waren die Motive dieser Gesellschaftsgruppen divergent, doch einten sie zu Beginn der Revolution zwei Hauptziele. Der Wille zur Veränderung des Gesellschaftssystems und der Kampf gegen die weitreichende Macht der Fürsten. Aber nach den ersten Erfolgen der Revolution entwickelten sich die einzelnen Gruppen verstärkt auseinander. Bereits in den Berliner Barrikadenkämpfen im März 1848 bäumten sich fast ausschließlich Handwerksgesellen und Industriearbeiter auf, während das mittlere Bürgertum vor Gewalt zurückwich. Spätestens in den Sitzungen der Nationalversammlung trafen die unterschiedlichen Positionen offen aufeinander. Die vom Besitz und Bildungsbürgertum gestützten Liberalen wollten das Herrschaftssystem zu einer konstitutionellen Monarchie reformieren und setzten sich für ein Zensuswahlrecht ein, welches besonders den Wohlhabenden großes Stimmgewicht einräumte. Demgegenüber forcierten die Demokraten einen radikalen Umbruch hin zu einer Republik mit allgemeinem gleichem Wahlrecht, unabhängig von Stand und Einkommen. Doch neben dem Bruch von Liberalen und Demokraten fragmentierte sich das revolutionäre Lager weiter. Das städtische Bürgertum und das Handwerk wandten sich zunehmend von den Liberalen ab, da sie finanzielle Einbußen durch die Liberalisierung der Wirtschaft und einer Modernisierung des Staates fürchteten. Besonders die von Liberalen geforderte Abschaffung des Zensuswahlrechts war für sie unannehmbar, weil somit die Einkommen des Handwerks gefährdet waren. Und auch ein bedeutender Teil der Bauern wandte sich von der Revolutionsbewegung ab. Sie waren mit den Zugeständnissen des Adels, welche ihre soziale Lage verbesserten, zufriedengestellt und verloren das Interesse an weiteren Umbrüchen. Spätestens ab dem Einlenken der Bauern waren die revolutionären Kräfte in der Minderheit. Ein Hauptgrund für das Scheitern der Revolution war also die Zersplitterung der fortschrittlichen Kräfte. Die unterschiedlichen Gruppen schafften es im Laufe der Revolution nicht mehr, eine Aktionsgemeinschaft zu formen und gemeinsame Ziele durchzusetzen. Ganz im Gegensatz zu den Fürsten und Adelshäusern, die zwar untereinander um Einfluss und Territorium rangen, doch durch die äußere Bedrohung zusammengeschweißt wurden. Noch im März 1848 wurden sie von der Revolution überrascht und waren zunächst handlungsunfähig. Doch die Septemberkrise 1848 stärkte ihre Position. Die schleswig-holsteinische Erhebung wurde im Waffenstillstand von Malmö zwischen Preußen und Dänemark gelöst. Die Frankfurter Nationalversammlung lehnte diesen Vertrag zunächst ab, musste aber wegen ihrer militärischen Machtlosigkeit schließlich einlenken. Die Septemberkrise führte zu einem massiven Autoritätsverlust des Parlaments zugunsten der Großstaaten Preußen, Österreich, Bayern und Hannover. Ihnen stand ein handlungsfähiges, der Monarchie treues Militär zur Verfügung und auch ein Großteil des bürokratischen Amtes stand hinter dem Adel. Darüber hinaus verfügte die Monarchie in breiten Gesellschaftsteilen über eine starke Verwurzelung, sodass einige Bürger, die mit den progressiven Ideen sympathisierten, letztendlich doch der Revolution ihre Unterstützung verwerten und passiv blieben. Doch bereits vor der Septemberkrise war die Frankfurter Nationalversammlung Ort heftiger Spannungen. Das pluralistisch besetzte Parlament litt unter einer Fülle von Aufgaben. Es sollte die deutschen Kleinstaaten einigen, musste Grenzen des zukünftigen Staates festlegen, eine monarchische Gesellschaft in eine fortschrittlichere Gesellschaft überführen, eine freiheitliche Verfassung mit Grundrechtskatalog ausarbeiten und die deutsche Außenpolitik organisieren. Die Zersplitterung von Liberalen und Demokraten spiegelte sich auch in der Nationalversammlung wieder, was die Entscheidung erschwerte. Die Versammlungen zogen sich in die Länge, ohne dass nennenswerte Fortschritte erreicht wurden. Die Bevölkerung merkte keine wirkliche Verbesserung ihrer Lebenssituation, sodass der revolutionäre Schwung verloren ging. Zudem fehlte der Nationalversammlung ein handlungsfähiges Militär, welche ihre Beschlüsse durchsetzen konnte und ihr ein Druckmittel gab. Um die im März 1849 beschlossene Verfassung dennoch durchzusetzen, erachteten Teile der Demokraten eine Durchsetzung der Reichsverfassungskampagne mittels Gewalt als legitim. Spätestens zu diesem Zeitpunkt rückten die Liberalen aus Angst vor einer Radikalisierung des Volkes auf die Seite der Monarchen. Bereits bei den Berliner Märzkämpfen und beim Wiener Oktoberaufstand hatten sich die Liberalen von den Revolutionären entfremdet. Sie wollten die Revolution nicht ausdehnen, sondern in Legalität überführen. Das Bürgertum fürchtete nun eine soziale Revolution und eine Entwicklung hin zu einer Terrorherrschaft wie im jakobinischen Frankreich. Folglich grenzten sich die Liberalen von den Unterschichten mit deren Zielen der sozialen Absicherung und höheren Löhnen ab. Neben militärischen und sozialen Ursachen ist die territoriale Beschaffenheit Deutschlands ein nicht zu unterschätzender Faktor. Während ein Zentralstaat wie Frankreich mit Paris als Zentrum und einer starken Regierung Revolutionen begünstigt, war Deutschland in 38 souveräne Einzelstaaten zersplittert. Durch diese Kleinteiligkeit fehlte den Revolutionären ein gemeinsamer Angriffspunkt, ein Entscheidungszentrum. Selbst als die Berliner Märzkämpfe erfolgreich waren, beeinflusste dies andere Regionen nicht maßgeblich. Es gab zu viele Handlungsschauplätze der Revolution und keine Hauptstadt. Dadurch konnte die Konterrevolution in revolutionär ruhigeren Staaten neue Kräfte sammeln und einen Gegenschlag organisieren. Es gab also nicht die Ursache für das Scheitern der Revolution, sondern die Entwicklung wurde durch ein Ursachengeflecht vorangetrieben. Nochmal das Wichtigste in Kürze. Bereits in der Anfangsphase der Revolution fragmentierte sich das revolutionäre Lager in Demokraten, Liberale und weitere Gruppen und schwächte sich dadurch selbst. Die Fürsten hingegen agierten nach anfänglicher Schockstarre relativ geeint und verfügten über handlungsfähiges Militär. Zudem konnten sie sich auf Rückhalt im Beamtentum und das Vertrauen einer weitgehend monarchisch geprägten Gesellschaft verlassen. Ganz im Gegensatz zur Frankfurter Nationalversammlung, deren politische Macht durch eine fehlende Armee geschwächt wurde. Zudem war die Versammlung mit gewaltigen Aufgaben wie der Einigung der Einzelstaaten und der Ausarbeitung einer freiheitlichen Verfassung belastet. Dabei entstehende Unstimmigkeiten zogen die Versammlungen in die Länge und nahmen der Revolution den Schwung. Zudem fürchteten die Liberalen eine gewaltvolle soziale Revolution und kooperierten verstärkt mit den Monarchen zur Sicherung ihrer finanziellen Situation. Auch die geografische Kleinteiligkeit mit dem Fehlen eines Entscheidungszentrums begünstigte die Konterrevolution. Doch besitzt die Revolution trotz ihres Scheiterns vorweisbare Errungenschaften? Darum geht's in unserem nächsten Beitrag. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und ein Kommentar da und abonniert unseren Kanal.